Sie verliebten sich online. Ich will heiraten, ein Haus und Kinder, aber haben sich noch nie getroffen. Ich will wissen, ob daraus eine Beziehung werden kann. Bis jetzt. Und der Morgen 7B. Ich glaub's nicht. Es steht fest. Was steckt hinter der Liebe im Netz? Ich muss gleich heulen. Warte. Bingo. Catfish. Verliebte im Netz. Ab 9. April 15.45 Uhr bei Viva.